KONTAKT! Ändere die Position! Blob eingesetzt! Mine legen! Da! Mine gelegt! Bringen Sie ein Geschütz in Stellung! Baut Druck auf! Auf und davon! Zurück! Position! Die Spiele sind hochgegangen! Raushalten! Wir haben die Stellung fest im Griff! Wir haben unser Geschütz ausgeschaltet! Wir haben unser Geschütz ausgeschaltet! Los! Da! In Deckung! In Bewegung! Verstanden! Bin unterwegs! Vermienen Sie das Gebiet! Da kommen Sie! Die Gebiete erreicht! Mine gelegt! Weitere Weitere! Das war ein Feuer! Durchhalten! Bedecken Sie ein Areal mit brennendem Plasma und jeder, der es betritt, wird vernichtet. Besonders effektiv, wenn Sie Gegner in den Feuerteppich hineintreiben. Was ist der Scheiß-Position, Boss? Plasma! Dort drüben! Plasma fällt in Vorbereitung! Wird angehoben! Sie machen einen Vorstoß! Stoß will er einsetzen! Wir treiben Sie zurück! Denken Sie seine Aufmerksamkeit auf sich! Deckung nehmen! Da drüben! Stellen Sie ein Geschütz auf! Kanonentstellung! Hey! Geh rüber! Atmen! Passieren Sie in Position! Verbieten Sie sicher! Agent Weaver, wo sind Sie? Hier rauf! Er ist da drin! Ich dachte, ich hätte ihn wieder! Sie haben ihn gefunden! Das ist nicht mehr er! Nur eine leere Hülle! Vielleicht können die Ärzte... Nein! Schluss! Er hat schon so viel durchgemacht! Keine Experimente mehr! Sein Leid hat jetzt ein Ende! Was haben Sie vor? Ich werde diese Geräte nun abschalten! Dann kann er endlich Frieden finden! Niemand sollte das mit einem Angehörigen tun müssen! Überlassen Sie es mir, Angie! Nein! Ich sollte... Angela! Ich weiß, was Sie empfinden! Vertrauen Sie mir! Ihre Familie? Ja! Okay, Will! Okay! Danke! Pete hätte es so gewollt! Ich... Ich komme nach! Ich muss mich noch von ihm verabschieden! Du schaffst das, Angie! Und dann... wird Axis büßen! Das ist gut, Peti! Das ist gut, Peti! Gott! Diese Einrichtung! Diese Infektion! Das ist alles Teil eines größeren Plans! Ja, des Plans uns total umzukrempeln! Unsere Gedanken mit diesem Gift zu infizieren, damit wir ihn freiwillig in die Arme laufen! Im Effekt ein unblutiger Kuh! Aber warum dann all die Kämpfe? Warum der Krieg? Das ist kein Krieg! Das ist kein Krieg! Nicht für Sie! Sie bereiten sich nur vor! Aber auf was? Ich weiß es nicht, aber Axis weiß es! Und wenn wir uns zurückhalten können, dem Dreckskerl zu geben, was er verdient, bekommen wir vielleicht eine Antwort! Verstanden? Er ist in der Wasserverteilerkammer! Gehen Sie! Stellen Sie ihm Ihre Fragen! Siehst du es nicht? Wir müssen die Menschheit vor sich selbst retten! Stimmen wir doch sicher überein! Kommer uns! Ich sage mal, we exhausted wirken! Das ist doch gut! Schwer ein bisschen was für den Dr. Frank. Versuch uns! Du bist sicher? Du bist sicher! Kommst du sie auf! Du bist Claudini? Du bist der brauchen nicht! Du bist das hier! Sie sind alle tot, ziehen wir weiter. Hier. Geh rein. Bereit machen. Sie sind in der Nähe. Entdeckung. Schnell. Bin dabei. Schon unterwegs. Mine legen. Dort. Angela, schalten Sie ihn aus. Blob ist raus. Hebe an. Los. Miene gelegt. Bin bereit. Kontakt. Die Schelde geben nach. Wo kam das her? Agent Viva in Position. Vorwärts. Sie hören, was die Lady sagt. Was ist eine schlechte Position? Was? Zieh, zieh mir mir! Ein Schutzengel mit einem Präzisionsgewehr? Das sind mir die Liebsten. Kater. Ich hatte gehofft. Bei dem da brauche ich Hilfe. Würdest Vernunft annehmen. Ein Geschütz dahin! Geschütz in Position! Runter! Setze mich in Bewegung! Setze mich in Bewegung! Plasma fällt! Mine legen! Da! Los, Stoßwelle einsetzen! Aber in jeder Welt scheint es ja nicht zu lieben. Die Termine ist durchgegangen! Sie können einfach nicht annehmen können. Angela, schalten Sie ihn aus! Dumped! Weiter, weiter! Wir kommen dumm! Wir sind hier leichte Beute! Befehle bitte! Ziehen Sie sein Feuer auf sich! Komm her und kämpft ihr Bastard! Weg hier! Eine gepanzerte Drohne ist ein gutes Hilfsmittel im Gefecht. Sie feuert über die Deckung hinweg und umgeht Gegner von oben. Lade nach! Alle Ziele eliminiert. Neu formieren! Ja? Als ob's nicht schlimm genug... ...reinfiziert zu sein. Danke, Agent Weaver. Was machen die mit denen? Nicht zu nur meinen Job. Es hat Ihnen nicht gereicht, uns zu Sklaven zu machen. Sie wollten uns zu Outsidern machen. Glauben Sie, welche von denen, die wir bekämpft haben, waren mal Menschen? Daran dürfen Sie nicht denken. Nicht jetzt. Sonst kommen wir hier nie raus. Was machen Sie eigentlich? Was machen Sie? Was machen Sie die mit denen? Ja. Das ist ja nicht so. Wir brauchen Sie. Wir sind in Deckung. 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 Angela, schalten Sie ihn aus! Ich dräng die Bastarde zurück! Erwischt! Eure Zeit ist um. Dieser kann ich nicht mehr für uns. Mein Tod. Kupfer, schalten Sie ihn aus. hilfe ich helfe wieder auf die beine der kum setze mich in bewegung mine legen da kann sein aber es wird mir spaß machen auf ein neues bei dem da brauche ich hilfe ich soll mich euch anschließen nicht werdet ihr nicht versklaven der gefangene was soll das heißen die deckung nehmen da drüben die legen sie eine mine stellen sie ein geschütz auf ich bin verwirklich eingesetzt ich brauche hilfe angela schalten sie ihn aus denken sie die aufmerksamkeit von diesem bastard auf sich die 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 Ich bin immer noch verletzt! Injektiv, Schütze! Hierher, zu mir! Zum Commander! Durchhalten! Bereit! Ändere die Position! Deckung, dort! Verstanden! Bin unterwegs! Schon unterwegs! Vermienen Sie das Gebiet! Bin bereit! Hiebe einen Schritt weiter! Ich brauche Unterstützung! Hebe es an! Bei dem, da brauche ich Hilfe! Verbrennt diese Bastarde! Plasmafeld wird vorbereitet! Diese Dinger sind gepanzert! Deckung! Setze mich in Bewegung! Roger! Ich rücke aus! Ich bin in Position! Sie machen mich fertig! Bringen Sie ein Geschütz in Stellung! Kanone in Stellung! Weit außer Gefecht! Stoßwille einsetzen! Zurück! Legen Sie eine Miene! Miene gelegt! Bewegung! Bewegung! Warnabend! Wir haben unser Geschütz ausgeschaltet! Commander! Ich brauche einer! Heilung aktiviert! Werfe Blob! Angela! Schalten Sie ihn aus! Feind im Anmarsch! Feinde sind unten! Rausweiten! Commander! Alles in Ordnung? Kommen Sie wieder her! Bin wieder da! Reit! Ich gehe rein! Alles okay bei Ihnen, Commander? Durchhalten! Los, dahinter! Verstanden! Bin unterwegs! Mine legen! Da! Marschiere los! Setze Drohne ein! Wir brauchen mehr Feuerkraft! Bereit! Mine gelegt! Der Schütze in Position! Geschafft! Wir haben hier Scharfschütze! Bei dem da brauche ich Hilfe! Setze Drohne ein! Blob eingesetzt! Stellen Sie ein Geschütz auf! Kanone Entstellung! Verminen Sie das Gebiet! Plasmafeld! Plasmafeld in Vorbereitung! Mine gelegt! Nein! Unsere Mine ist hochgegangen! Unsere Technologie ist deralleren um Generationen voraus! Die Schilde geben nach! Sie rücken vor! Was hat die tun? Angela! Schalten Sie ihn aus! Auf und davon! Haltet den Druck aufrecht! Legen Sie eine Mine! Mine gelegt! Ihr könnt gegen uns nichts ausrichten! Nein! Bei dem da brauche ich Hilfe! Ihr seid bereits besiegt! Eure Bemühungen sind vergebens! Hoffentlich ist er's wert! Angela, wir haben alles, was wir brauchen! Wir sind nicht besiegt! Und das hier ist nicht vergebens! Die Daten, die Sie und Weaver von der Outsider-Anlage besorgt haben, Die Analyse ist beunruhigend! Bei der Menge an Infektionsstoffen und der Struktur der Wasserversorgung unseres Landes erwarten wir... Über zwei Drittel der Bevölkerung wären innerhalb weniger Wochen infiziert worden, hätten wir es nicht gestoppt! Ich kann rechnen! Wie es aussieht, wurden Zehntausende, vielleicht Hunderttausende infiziert oder kontaminiert! Es wird immer schwieriger für uns, die Outsider-Bedrohung geheim zu halten! Wir können uns keine landesweite Panik leisten! Wir müssen schleunigst etwas tun! Mal sehen, was wir von AXIS erfahren haben! vengeend erfittriermundный? Wir müssen questionnaire-teer sein! Ja, wir können uns innen... Was ist weil sie heute...